Hallöchen hallo meine lieben da draußen an den Lautsprechern und an den Fernsehgeräten, willkommen bei der vierten Newcomer TV Nacht hier in der Musikhalle Portstraße. Es war ein wahnsinniger Tag, also ein stürmischer November, es hat geregnet, aber die Sonne schien auch und wir haben natürlich die Bands eingeladen, vier insgesamt, die auch diesem wilden, zerrütteten Wetter entsprechen. Bands, die uns voller Liebe in den Abend hinterlassen, Bands, die uns aufrütteln und was auch immer Musiker und Musikerinnen so alles machen mit ihrer Musik. Ich möchte euch eine Band heute vorstellen, die hier im Grunde genommen schon vor vielen, vielen Jahren unter anderen Namen gespielt hat, nämlich Jungs und Mädels, eigentlich Jungs von Shortless sind hier zu Gast, aber jetzt älter geworden und die Band, die sich daraus ergeben hat, nennt sich Cool8 und sie machen eine Art Soulrock, Reggae, Fusion, naja, Psychedelic, was auch immer. Neben mir sitzt der Max und der Jeremy sitzen und die anderen, das ist der Rest, der Band. Max, was ist passiert seitdem du mehr oder weniger ein überregionaler Kinderstar warst, ein Reggae-Master, den viele Leute bewundert haben bei Shortless. Jetzt bist du älter geworden, du singst, spielst Keyboard, komponierst, nicht alleine, aber viel prägst du den Sound. Wie ist das alles passiert und wohin geht die Reise? Gut, wie ist das alles passiert? Shortless ging irgendwann auch zu Ende, wir waren ein ganzer Haufen Leute und der Rest, der Rest hier, die Familie ist übrig geblieben, die sitzt jetzt hier und wir haben dann noch Zuwachs bekommen von der Aubrey aus den Philippinen und genau und jetzt sind wir Cool8 und Reggae haben wir eigentlich abgelegt, Reggae ist jetzt nicht mehr, wir machen jetzt Soul oder Funk, Jazz, es kommen viele Einflüsse jetzt zusammen und genau beschreiben, also genau unser Genre beschreiben könnte ich gar nicht, will ich auch gar nicht, ist einfach die Mucke so wie es ist. Aber Fakt ist ja, dass Cool8 so ein bisschen am Anfang steht, das heißt ihr habt auf der Radio X-Bühne Museumsuferfest gespielt, ich weiß gar nicht wie viele Gigs ihr davor hattet, das heißt ihr schraubt gerade an einen neuen Hammer, der wahrscheinlich auch so wie ich euch kenne, weil ihr habt es einfach im Blut, ähnlich die Leute faszinieren wird und das ist eigentlich auch die einzige Klammer, die ich heute zu Shortless spannen will, wie ihr damals die Menschen der Region mit Shortless in Bann geschlagen habt, so werdet ihr das mit Cool8 auch machen. Gibt es eine Plattenfirma, gibt es eine Promotionfirma, arbeitet ihr gerade an einer Platte, wie sieht euer Bandalltag aus? Tatsächlich war das Museumsuferfest unser erster Auftritt, wir machen gerade sehr viel im Background, also einfach wir starten die Promo und für uns erstmal zu sagen so hallo, hey hier sind wir und Plattenfirmen oder sowas gibt es noch nicht, wir schreiben jetzt erstmal die Songs und kommen zusammen und dann wollen wir raus, also raus nach Deutschland, Europa so weit wie es geht und wollen uns zeigen. Jeremy, wie sieht es aus? Ist euer Proberaum sozusagen schon euer Studio? Nehmt ihr selber auf? Oder weil ich weiß ja aus Erzählungen, dass ihr im Grunde genommen einen neuen Material schraubt, das ihr permanent aufnehmt, wo passiert das? Wir nehmen permanent auf und zwar bei dem lieben Typen hier und haben uns quasi irgendwie so ein Homestudio eingerichtet und versuchen da jetzt gerade Material zu sammeln, Demos zu produzieren und an Songs zu arbeiten, die wir dann hoffentlich in naher Zukunft irgendwie rausbringen können, vielleicht das uns den Weg verschafft irgendwie in ein gutes Studio zu kommen und Demos für Konzerte, damit wir zocken können, weil wir echt Bock haben. Wie sieht es eigentlich aus? Ich meine, du schreibst die Songs und du bist einer der beiden Sänger, Sängerinnen, also ihr seid ein Duo, ein Gesangsduo sozusagen. Ja, ihr seid ein Gesangsduo. Wie sieht es denn aus? Weil du sagst, das war euer erster Auftritt und seit Shortlist ist ja schon viele Jahre her, also einige Jahre, das war so um 2013, 2012, 2013 so die Zeit oder 2010. Und was ist in der Zwischenzeit passiert und was hat dich bewogen, im Prinzip diese neue Band dann zu machen? Hattest du wieder Hummeln im Arsch oder so? Hast du gesagt, ey, mein Privatleben ist so scheiße, ich will Rockstar werden? Nein, also ich habe auch kurz nach Shortlist angefangen, Jazz zu studieren in Frankfurt und ich kann mir die Jungs hier hinter mir nicht wegdenken. In der Gruppe jetzt Musik zu machen und deswegen war mir klar, ich mache weiter Musik und nicht ohne die. Und Aubrey habe ich dann auch in dieser Zeit kennengelernt und das war ein mega Zufall, aber das war der schönste Zufall, was auch dieser Band hier passieren konnte. Und es war klar, sie muss dabei sein. Und ja, Shortlist ist halt auch auseinander gesprungen durch persönliche Dinge, ja, wieder geht zu seinem Weg so ein bisschen, aber dieser Haufen hier, der bleibt immer zusammen. Was mir aufgefallen ist bei eurem Auftritt auf der Radio X-Bühne, habe ich gesagt, wow, das ist irgendwie eine Reinkarnation von Jefferson Airplane, also so eine Hippie-Band, irgendwie so posthippieresk, so mit Stirnbändern und so und dieser Flower Power Groove, Love and Peace. Ist das auch so ein bisschen so eine Attitüde, die ihr auch untereinander lebt? Also das ist der only way, das ist der einzige Weg zu leben, meiner Meinung nach. Flower Power, die Hippies haben viel richtig gemacht. Und das geben wir nur in der jüngeren Generation, in unserem heutigen Zeitgeist einfach weiter. Also weil ich habe auch die Leute gesehen, die euch gesehen haben, die standen da und konnten, weil es war ja, wie du schon sagtest, der erste Auftritt und niemand wusste, wer ist das und so und Cool Aid und das war so eine Zusammenarbeit mit der FMW und Werkstattshow und so und plötzlich stand ihr auf der Bühne und das war so authentisch, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich so eine posthippiereske Kulturkommune. Ah ja, was soll ich sagen? Das ist eine Interpretation von uns als Hippie. Ich würde uns aber auch so bezeichnen. Voll. Volle kann Hippie. Könntest du dir vorstellen, Jeremy, mit denen zusammen zu wohnen, also früher hatte man das ja so in den 70ern, im letzten Jahrhundert, da war man sozusagen, als Band wohnte man in einer Kommune, meistens auf dem Land, irgendwie so ein abgewracktes Schloss mit Gartenbau, mit allem drum und dran und die Band war in so einem klapprigen Bus unterwegs und über die Festivals Europas. Könntest du dir das so vorstellen? Die Frauen bleiben zu Hause, Babys gibt es irgendwann auch und alles ist irgendwie so in diesem posthippieresken Traum und es funktioniert. Irgendwann gibt es wie bei, wie hießen die nochmal, Grateful Dead, die haben ein ganzes Dorf gegründet. Also irgendwie, ah, genau. Also das heißt, es kommen viele dazu, ihr seid wie ein Magnet und es funktioniert. Könntest du dir sowas vorstellen? Ich glaube, wir können uns das alle ziemlich gut vorstellen und haben auch schon irgendwie drüber gelabert. Und auch die Musik aus den 60ern und 70ern beeinflusst uns, glaube ich, ziemlich sehr in der Musik, die wir machen, weil wir sie auch ziemlich viel hören oder fast nur hören. Das ist so unser Musikbereich und deswegen können wir uns auch alles drumherum vorstellen und das Gedankengut, was damals zustande kam und ist einfach ziemlich cool und wollen wir irgendwie vielleicht versuchen, irgendwie anzuknüpfen. Ich sehe schon, es steht Liebe in euren Augen. Jetzt ein bisschen ein Blick in die Zukunft 2020. Was sind die Pläne? Die Pläne sind es, jetzt diese Demos, wo es der Jerry vorhin schon gesagt hat, fertig zu kriegen und dann die ganzen Bewerbungen rauszuhauen und so viel an Land zu ziehen, wie es geht. Und ab durch Deutschland, da haben wir Bock. Das muss sein. Ich möchte gerne dabei sein, aber ich bin zu alt für einen Scheiß. Auf jeden Fall glaube ich einfach, dass die Menschen da draußen euch lieben werden, euren Sound lieben werden. Deswegen, ich hoffe, ihr habt zu knabbern und zu trinken draußen an dem Bildschirm. Denn jetzt seid gespannt und freut euch mit uns auf Kool-Aid hier bei der vierten Newcomer-TV-Nacht. Und euch danke ich. Viel Spaß!